Wie ist das, wenn alles, was ein Ausmach ist, wie Standard man ist? Das gegen Rack war doch ein Rechenfehler Mortem im Ernst, ich krieg seit vier Runden denselben Gegner Ich frag mich, wann endlich diese Note stirbt, was Mortem rappt, turniert Viele eher täglich grüßt das Murmeltier Du kannst nicht texten, weil du nur belanglos im Dreck eins Das sind Battles und das Highlight deiner Runde sind die Bassline Aber ich muss sagen, deine Beats sind wirklich ganz schön krass Dein Produzent, so gut bei den Beats merkt man nicht einmal, dass du nicht tanken kannst Hey, du bist kein krasser Gegner, sondern nerdies Bitch Reloaded Version von jedem einzelnen Maskenträger Und deine Franschmaske ist schwule, den Film hab ich nicht geguckt Und trotzdem weiß ich, hier kommt zweifellos der Maskenpläne rum Was du sagst oder warst, wenn hessische Frau sagt, ich stehe in vierte Was du sagst oder warst, wenn hessische Frau sagt, ich stehe in vierte Was du sagst oder warst, wenn hessische Frau sagt, ich stehe in vierte Seine Runde vergleichbar mit ner Folterkammer Ich zieh dich aus dem Verkehr, als wär ich Zollbeamter Ja, ich sag dir metaphorisch meinen Schlagstock in Arsch Du wirst nicht beschlagnahmt, du kriegst für deinen Namen den Schlag Hasi, keiner findet deine Ferse, sick, das sagt nicht aus Wenn ein paar halbtotze Renkler dir sagen, dass du gefährlich bist, ich knall Deine Crew ein paar Bars in die Fresse, was für Kreis Die Crew ist ne einzige Abwärtsspirale Die Crew ist ne einzige Abwärtsspirale